so leute da sind wir beim nächsten deck tag ihr seht schon ich habe ein bisschen was verändert unter anderem ist gerade das fenster offenbar das ist unendlich warm in deutschland zumindest da wo ich gerade bin und dementsprechend gucken wir uns mal das deck dark depths an mit fallout haben wir endlich geile faultiere bekommen und die spielen wir heute dazu kommt dass dieses deck sehr oft von euch gefragt wurde dementsprechend ist das so ein bisschen der wunsch aus den kommentaren dass ich dieses deck zeige und das tue ich hiermit bevor ich anfange obligatorischer hinweis wenn euch das video gefällt wenn es euch das video gefallen hat am ende könnt ihr gerne im video daumen nach oben lassen wenn ihr mehr legacy opening wie logging content irgendwas sehen wollt abonniert den channel guckt mal mehr bei meinen videos vorbei es gibt noch ein paar andere videos die ich hier gemacht habe public talks und so weiter und so fort und ansonsten könnt ihr mich auch unterstützen bei patron monetär ich habe aktuell richtig viele leute über patron anfangen und auch sehr viele bei youtube die mich da unterstützen das ist mega mega cool vielen vielen dank an alle von euch und wenn ihr auch so ab drei euro können mich unterstützen irgendwie entbehren könnt schaut doch mal rein das hilft mir immens so jetzt genug mit dem vorgeplänkel wir gucken uns das deck an wir starten wie immer mit der land base wir haben vier misty rain forest tappen opfern unser deck nach einem forest oder island durchsuchen und sie ins spielfeld bringt danach müssen wir das bibliothek und ding ist wichtig weil damit können wir diese zwei tropical islands raussuchen zählt als insel und als wald dann haben wir hier einen wald das sieht man richtig gut hier auf der kamera mal wieder dann haben wir ja auch noch eine insel ich vergesse immer dass ich die für decktext nicht nehmen sollte also da haben wir unsere wälder und ebenen zusätzlich dazu habe ich noch ein med chase drin das ist ist der neue heiße shit mit surveil 1 es ist ein land das getapptes spiel kommt ist aber forest und island das bedeutet wir können es hier mit fetchen wenn wir es brauchen und das ist sehr sehr gut dann gucken wir uns weiter an die segeris steppe segeris steppe ist ein land das getapptes spielfeld kommt wenn sie in spielfeld kommen können wir einer kreatur schutz von der farbe und zur wahl geben und das schöne dabei ist ganz einfach sie gibt noch weißes mana das für uns völlig nutzlos ist genauso nutzlos ist für uns übrigens schwarzes mana und wir spielen ein bujuka bock kommt getapptes spiel wir entfernen den friedhof von seinem spiel also nicht unseren friedhof sondern wahrscheinlich den des gegners aber es geht auch unser eigener dann haben wir wasteland tappen für ein farbloses oder tappen opfern land zerstören non basic land auch als one of four drin falls der gett noch mal karakas hat oder ein maize of elf oder irgend so eine fiese karte die uns stören könnte dann vier javi maya cradle of growth jetzt denken sich alle so vier ja vier urborg hat man auch in dem grün schwarzen deck vier mal gespielt wir spielen hier vier mal das grüne weil wir müssen alle länder zu forest machen nicht nur unsere eigenen blender um schnelles frühes faulty hinzubekommen sondern eben auch damit der gegner ein forest kontrolliert das wird nachher noch wichtig ihr werdet sehen warum dann haben wir vier thespien stage tappen für ein farbloses oder zwei mana tappen und das land wird zu einer kopie von einem land unserer wahl auch gegnerländer kann man zur basics machen kann man zu javi mayas machen wenn er es zerstören möchte segeri step und bujuka bock bringen leider nichts genauso wenig wie das haze aus dem mund heraus dass es enter the battlefields effekte sind und dementsprechend ist es teil unserer combo und es ist auch fast eigentlich nur für unsere combo da hier takt apps takt apps ist die wichtigste karte die wir haben takt apps ist ein land es kommt mit zehn eismarken ins spiel für drei man da können wir eine eismarke runternehmen und wenn es keine eismarke drauf hat können wir es opfern und wenn wir das tun kriegen in 20 20 fliegen unzerstörbaren spielstein mit namen marit lage der auch noch legende ist das ist wichtig dass da zehn marken drauf sind die combo funktioniert folgendermaßen die combo funktioniert so dass wir mit thespien stage und im takt apps im feld mit der thespien stage takt apps kopieren dann haben wir hier zwei legendäre länder dann müssen wir erstmal das hier opfern und weil das hier zu einer kopie wird wie das und ich habe schon gesagt es gibt keine enter the battlefields effekte oder es comes into play effekt oder ähnliches hat das ding hier keine marken diese kopie des takt apps was ja jetzt praktisch das hier ist hat keine marken mehr und wird da kann damit geopfert werden um den 20 20 mal in lage zu bekommen das ist die grund combo dieses decks um das zu erreichen brauchen wir eine menge tutorial dafür haben wir eine von zwei kreaturen jeweils vier mal und zwar den elfisch reclamer elfisch reclamer ein manner 1 2 der kriegt plus 2 plus 2 solange wir drei oder mehr länder im friedhof haben haben wir relativ häufig und für zwei manner tappen können wir in land opfern um unser deck nach einer länder karte zu suchen und sie getappt ins spiel zu bringen das mein lieben freunde ist der wahnsinn diese karte in der ersten runde zu droppen wenn er geht irgendwie ein graveyard deck spielt und er kann turn eins nichts machen hat man immer bujuka bock offen man kann mit schizile steppe immer was beschützen oder man kann sich die combo tutoren das ist halt einfach ein ein mana i win button wenn er lang genug liegen bleibt das ist immer die frage ob er lang genug bleibt so dann haben wir meine lieblings gerade die karte die mich dazu bewogen hat dieses deck zu bauen also nicht meine lieblings karte generell sondern mein lieblings gerade halt in diesem deck und das ist der lumbering mega sloth lumbering mega sloth zwölf mana 8 8 kriegt trampeln und kommt getappt ins spiel und immer wenn wir den kasten müssen wir ein manner weniger bezahlen für jeden marke für also jedes token counter auf permanent die wir haben heißt wir haben hier ein wunderschönes dark dabs das mit zehn marken ins spiel kommt lumbering mega sloth wird um zehn meiner günstiger das heißt ja meine zwei mana 8 8 trampla das könnt ihr turn zwei spielen indem ihr das hier habt das hier ergibt turn zwei mega sloth erste runde wie javi maya zweite runde dark dabs dann kann dark dabs für mana tappen weil das kann es normalerweise nicht weil es hier dann forest ist und dann habt ihr hier zehn marken drauf und könnt damit den lumbering mega sloth spielen viele decks ist das schon zu viel und vielen decks kann man damit schon richtig hart ins gesicht hauen und das ist schön das ist unsere grundstrategie diese beiden sachen wir haben den mega sloth und das dark dabs wir unterstützen das ganze wir haben noch vier up the beanstalks drin der mega sloth kostet halt zwölf mana und damit mehr als fünf das ist wichtig weil up the beanstalks und zwei mana enchantment das uns der karte ziehen lässt wenn es ins spielfeld kommt und immer wenn wir zauber spielen der mana kosten fünf oder höher hat dürfen wir eine karte ziehen zum beispiel eben den mega sloth jetzt haben wir natürlich noch eine ganze andere reihe an fünf mana spells in diesem deck fünf oder höher leider nicht 44 besser und zwar spielen wir unseren premium removal submerge submerge ist ein fünf mana instant zauber der sagt wenn er gibt dann forest kontrolliert und wir kontrollieren die insel können wir den spielen ohne die mana kosten bezahlen und verlegen eine kreatur oben aufs deck des besitzers zurück das ist mega mega stark um so token wegzumachen wie zum beispiel von caldera complete oder auch auf eine stoneforge search effect die stoneforge wieder oben drauf zu legen das mit der seense deck mischt es gibt auch andere möglichkeiten damit einfach ein marktide loszuwerden oder andere fiese sachen wirklich eine gute 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 karte und gerade date not forest machen wir halt mit unserem javi maya weil nicht nur unsere länder werden foresten auch die vom gegner wir haben eine menge inseln drin dementsprechend haben wir submerch meistens für null und wenn wir es umsonst casten können dann geht eine kreatur bei uns und dann noch eine karte ziehen das ist in seien gut das ganze wird natürlich abgerundet mit der premium blauen karte die wir in legacy haben force of will fünf mana zauber counter und spell unserer wahl wir können eine blaue handkarte abwerfen statt die mana kosten zu bezahlen und leben bezahlen also abwerfen heißt exilen im moment auch der kostet fünf mana auch hier können wir gratis eine karte ziehen also wir geben halt zwei ab und ziehen dann eine dann haben wir drei lorien revealed fünf mana sorcery wir ziehen drei karten mit island cycling im early game sehr cool mit island cycling einfach nur um zum beispiel hedge rauszusuchen oder ein land rauszusuchen wir haben nicht so viele islands aber wir können die halt damit suchen das ganz nett und nachher kann man dann auch mal fünf karten ziehen wenn man so irgendwie zwei von den up the beanstalks drin hat schon das passiert schon regelmäßig drei karten ist auch okay ist je nachdem welchem game state man nun mal ist so das sind die fünf mana zauber die wir haben jetzt haben wir noch ein bisschen was an unterstützung um irgendwie zurecht zu kommen und zwar vier crop rotation crop rotation ein grünes mana wenn es nicht spielen müssen wir zwischen kostenden land opfern dürfen dafür unser deck nach irgendeinem land durchsuchen und es ins spiel bringen auch hier sehr stark weil es instant speed ist für dark dabs ja wie maya lumbering mega sloth oder eben unsere one offs mit wasteland boyuka box sergi step oder eben end of turn maze das sind alles ganz ganz starke effekte die man mit crop rotation hervorrufen kann mehr redundanz ist mehr redundanz generell haben wir sehr viele karten in diesem deck vier mal drin und meistens nur torbare karten einmal es gibt eine einzige ausnahme ich spiele ein one of legolas quick reflexes im mainboard legolas quick reflexes ist eine mega starke karte und wenn ihr mehr platz findet wenn ihr zum beispiel sagt hey ich bin nicht so der fan von lauren revealed oder ich brauche nur drei submerge oder so das kann man machen dann könnt ihr ein zweites spielen weil das ding ist wirklich der shit ein grünes mana split second wir enttappen eine kreatur das heißt wir können auch mit mega sloth auch blocken in der ersten runde der geht da wird damit ich rechnen wir können damit irgendwelche token zerstören das ist einmal das toll tag creature teilweise und wenn die kreatur hat noch hexproof was mit split second insane gut ist weil er geht da kann nicht mehr darauf reagieren wir haben in 2020 marit lage token und geben dem mit split second hexproof ja da hat er ihn halt verloren und wenn er dann getappt wird fügt er nimmt kreatur so viel schaden zu wie viel stärke er hat also bis zu einer kreatur auch das insane gut um sowas wie eine baleful strix wo wir früher wirklich probleme mit hatten aus dem weg zu räumen und auch der mega sloth macht damit wirklich gut kreaturen weg und das ist wirklich eine sehr starke removal sollte man auf jeden fall irgendwo spielen muss man halt ein bisschen schauen wie man reinpasst dann vier steifel wir sind schwach gegen wastelands wir sind schwach gegen karakas oder auch irgendwelche bounce effekte außer von teferi den können wir damit leider nicht steifeln zusätzlich dazu haben wir auch manchmal einfach ein tempo game wo wir turn 1 diese karte hier spielen dem gegner was weg steifeln turn zwei up the beanstalks turn drei dark dabs into mega sloth into wir haben ein tempo game leiten es auf einem land wir sind auf drei und haben mega sloth und ja das ist sehr sehr stark manchmal steifeln die rechnen nicht damit ist auch teilweise sehr sehr wichtig als protection weil wir haben halt sehr wenig removal aka keinen wirklichen removal und dann wir spielen blau noch brainstormen zieh drei karten leg zwei karten um aufs deck wir haben so viele shuffle effekte wo wir dann drei gute karten ziehen können zwei schlechte karten nehmen können die obendrauf legen unser deck mission und glücklich sind soviel zum mainboard gucken uns mal das zeitbord an deshalb ist auch ziemlich ziemlich cool beim zeitbord habe ich einige spannende meiner meinung nach entscheidungen getroffen die ich sehr sehr cool finde zuerst natürlich klassiker eine meiner lieblingskarten von damals noch als ich dark dabs sehr viel gespielt habe not of this world wir counten spell oder eine ability und wir können wenn das ziel sieben mana kostet also eine kreatur ist was sieben sieben mana kostet dann können wir die umsonst spielen und unser mega sloth also unser faultier ist auch mit sieben oder mehr wodurch wir damit auch unser faultier beschützen können was einfach mega ist dann haben wir ein powder keg zwei mana artefakt wo zu beginn der saison 12 marke drauf kommen kann und wir können das denken tappen opfern um alle alle fakte und kreaturen mit meiner kosten gleich der anzahl an counter darauf zerstören spannend dabei ist ganz einfach dass wir hingehen können und gegen den artefakt deck auch zu einer fakt länder zerstören können und trotzdem sowas wie je niedle cellis of droid und so weiter was haben was wirklich gutes also powder keg kann ich wirklich sehr empfehlen sehr gute karte weiter gegen artefakt decks collector ruf 2 man hat 22 aktivierte fähigkeiten können nicht aktiviert werden gut gegen painter gut gegen diese komischen artefakt decks und generell manchmal einfach wichtig force of vigor unsere karte gegen blatt moon genau wie powder keg auch blatten und zerstören können weil blatt wo ist ein sehr großer feind dieses decks logischerweise und mit force of vigor können wir blatten zu zerstören and staying bridges ursas sagas alles mögliche needles gute gute karten sollte man mehr von haben kann ich aber nicht mehr drin machen weil ich brauche mehr platz dann habe ich einen hydro blaster im bluer metal blaster immer wieder werde ich gefordert vom hydroblast und bluer mental blast in einem deck in dem wir kein prowess haben ist es besser einen split durchzuführen da wenn er geht dass die karte sorge gilt er nicht beide gleichzeitig bekommt es ist dieselbe karte mit zwei verschiedenen sachen also hier countern wir einen spell oder eine bild steuernden permanent ist wenn es rotes und hier countern wir ein rotes permanenz oder zerstören und rotes permanentes die karte können wir auch spielen unsere handvoll ist dafür kann das ding auch umgelenkt werden auf irgendein anderes permanentes also wir können es einfach spielen und irgendwann dein land target in der land ist nicht roter wird sich zerstört aber wenn wir damit was rotes countern kann das auch umgelenkt werden auf einem blauen spell und dann so counter den spell wenn er rot ist aber der ist nicht wo das blau dann nicht und das funktioniert mit blue element blast nicht dementsprechend haben beide ihre vor- und nachteile ich empfehle immer einen split zu machen brazen borer auch hier an removal spell zum bouncen gut gegen mirror gut gegen irgendwelche komischen merc tides irgendwelche flieger sehr gute karte um einfach ein tempo play zu machen dann flaster storm gegen kombos also bei uns läuft immer noch viel combo rum kann man immer noch einen guten counter war mitmachen und mit storm ist er da auch ziemlich gut aufgestellt made of summer eine karte die mich seit ewigkeiten begleitet also seit 2009 zu sein weil ich sie von anfang an für eine sehr stark karte gehalten habe weil sie eine karte zieht es gibt schon den well of autumn der macht praktisch genau dasselbe nur dass der halt keine karte ziehen lässt und das ist hier ist der wahnsinn wir und unsere permanenten bekommen x-proof vor blau und schwarz das ist stark und der gegner kann unsere spells nicht mehr counter wenn jetzt allerdings eine blau oder schwarz karte gespielt wurde vorher dürfen eine karte ziehen mega gut gegen grief noch mega gut gegen irgendwie chalice of the void of 2 oder sonst was irgendwas was wir brauchen und lässt sich durch ganz ganz viele sachen durchspielen ist eine gute karte einfach eine gute karte auch gegen discard auch gegen counter und dementsprechend immer gut in den decks zu haben gehen wir mal kurz in den deck top dieses deck macht unendlich viel spaß wir haben hier karten drin wo einfach wir turn 2 in ein 8 achter legen können wir können sie beschützen mit quick reflexes super super coole interaktive spielstile erstellen submerge eine super flexible karte mit javi meyer und der gegner weiß hat gar nicht wie ihm geschieht plus wir haben mit up the beanstalk absoluten value das sind so die main karten des decks und ihr seht schon an den main karten des decks es ist eine bunte mischung die absolut eigentlich nichts zusammen hat und deswegen macht das deck unendlich viel spaß und ich kann es wirklich empfehlen wenn ihr dark apps schon mal spielen wolltet und jetzt nicht derjenige seite sagt hey ich möchte ein bisschen budget gehen und will deshalb die rainbow variante spielen oder jemand der seit anfang an sagt nein grün weiß oder grün schwarz ist mein weg dark apps zu spielen probiert dieses deck aus es macht mega mega viel spaß es ist super resilient gegen die meisten decks die aktuell meter sind und ich kann es wirklich empfehlen und ich weiß dass es mindestens ein bis zweimal in der radio rafnika liga rumläuft und dementsprechend ja mega sehr 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 cool könnt ihr mal reinschauen wie gesagt wenn ihr die karten rumliegen habt oder nicht prox das euch schaut euch mal anschaut das deck mal an schaut auf mtjo vielleicht spielt ihr mtjo und könnt es da bauen guckt irgendwo spielt das deck ist es großartig und was auch großartig ist hoffentlich oder für euch war ist dieses video dementsprechend gibt dem ganzen einen daumen nach oben abonniert den channel zeigt leuten den ihr vielleicht kennt wo ihr wissen hey du bist doch im dark apps spieler guck dir mal dieses dieses deck deck an und vielleicht kennt das noch nicht oder vielleicht will er die karten noch mal sehen und noch mal genaue erklärungen dazu haben ein bisschen insights haben ich habe das auch schon zwei zwei oder drei turniere lang gespielt kann deshalb sagen es mega gutes deck werde ich noch ein ein bisschen spielen und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dahin neuer blick seht ciao